Keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun. With Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Video, in dem wir über das Entwickler-Q&A vom vergangenen Donnerstag sprechen wollen. Manch einer hat sich ja die schriftliche Zusammenfassung bei uns auf der Seite bereits durchgelesen, wir machen das Ganze jetzt hier nochmal im Schnelldurchlauf, damit auch wirklich alle die Informationen mitbekommen. Denn es gab auf der einen Seite durchaus ein paar interessante Aussagen, die auch aktuellen Content betreffen und auf der anderen Seite aber auch Aussagen vom Game Director Ion Hassi Kostas, wo man doch durchaus ein wenig stutzig wurde. Fangen wir also gleich mal mit dem ersten Thema an, nämlich den Artefakt-Waffen-Skins. Ursprünglich, am Anfang der Erweiterung, war die Aussage der Entwickler ja, dass man diese Skins nur während der Erweiterung freischalten kann, um sie dann danach, also in darauffolgenden Erweiterungen, als Transmogrifikation nutzen zu können. Und wer diese eben nicht freischaltet, der hat Pech gehabt. Nun ist es aber so, bereits schon vor einiger Zeit wurde dann gesagt, okay, ihr werdet auch nach Legion die Artefakt-Waffen-Skins freischalten können, um diese dann eben für dann Waffen in den nächsten Erweiterungen zum Transmogen nutzen zu können. Es gibt jetzt noch eine weitere Aussage, die ein wenig spezifischer ist, nämlich geht es um seltene Skins, wie zum Beispiel eben vom Magiatum oder dem mythisch plus 15er Erfolg. Diese Skins für die Artefakt-Waffe wird man nur während Legion freischalten können. Sprich, um diese Skins dann auch im Nachhinein zu behalten, für den Transmogger müsst ihr eben den Magiatum bzw. den 15er Erfolg für mythisch plus Instanzen, während Legion aktiv ist, abschließen. Weiter ging es dann mit den legendären Gegenständen. Wenn Antorus seine Pforten für uns öffnet, werden wir unsere verschiedenen legendären Gegenstände ja wieder aufwerten können, bis zu einem Item-Level von 1000. Und das Upgrade-System wird, wer hätte es gedacht, genauso funktionieren wie bisher in der Erweiterung auch schon. Sprich, wir bekommen wieder eine Quest in Dalaran, müssen diverse Gegenstände sammeln, beispielsweise über die mythische Wochenkiste oder in dem Raid dann, um dann eben den Gegenstand zu bekommen, der dann ein Legendary aufwerten kann. Aufgrund der Tatsache, dass das Add-on mittlerweile sehr weit fortgeschritten ist, ist es natürlich so, dass man da wesentlich mehr zu tun hat, als am Anfang. Kurz wurden dann auch noch die legendären Token angeschnitten, die die Data-Miner auf dem PTR gefunden haben. Laut Ionhasi Kostas wird man dafür keinen Händler haben, sondern man wird, wenn man mit einer Klasse sämtliche Legendaries erreicht hat bzw. gesammelt hat, diese Token dann eben als weitere Legendary-Drops bekommen, um sie an Twinks zu verschicken. Ob das ganze System am Ende so bleibt, es sei einfach mal dahingestellt, da kann sich noch einiges ändern, denn es befindet sich schließlich noch in der Entwicklung auf den Testservern. Eine kleine Sache gab es dann doch noch zu den Legendaries. Die Entwickler überlegen, dass eben mit der Öffnung von Antorus die Drop-Chance der ersten paar Legendaries eines Charakters erhöht werden, sodass man relativ zügig eben die ersten paar bekommen sollte. Weiter ging es mit der Klassenbalance. Dort haben die Entwickler bekannt gegeben, dass es keine Anpassung vor Antorus geben wird, aber natürlich, wenn Antorus seine Pforten für uns öffnet. Besonderer Grund dafür sind natürlich die neuen Schmuckstücke, die teilweise sehr stark sind und natürlich auch die verschiedenen Boni der Tiersets. Ganz allgemein sind die Entwickler aber zufrieden momentan mit der Balance der Klassen. Natürlich gibt es immer welche, die oben stehen und welche, die unten stehen, aber es geht darum, dass eben die Differenz zwischen dem ersten und letzten Platz nicht gigantisch groß ist, sondern dass alle Klassen nah beieinander sein sollen und auch entsprechend einen Sinn und Zweck erfüllen. Ein wenig angelehnt an die Klassenbalance war dann auch das nächste Thema, nämlich die aktuellen Tierset-Boni beziehungsweise die Tiersets im Allgemeinen. Die Entwickler sind nicht wirklich zufrieden damit, dass das System mit sechs Teilen momentan so verfügbar ist, denn es ist so, dass sie eigentlich gedacht hätten, dass Spieler vier Teile sammeln und zwei Legendaries tragen. Nun ist es aber so, dass diverse Klassen, wenn sie die Möglichkeit haben, lieber das aktuelle Set tragen, ein Zweier-Bonus vom alten Set noch zusätzlich nehmen und zwei legendäre Gegenstände nehmen. Wer hätte nur davon ausgehen können, dass die Spieler stets versuchen, das Maximum aus ihrem Charakter herauszuholen, aber wir sehen hier ganz klar eine Tendenz, dass die Entwickler überlegen, mit der nächsten Erweiterung wieder zu fünf Teilen zurückzukehren. Die nächsten Fragen im Q&A drehten sich um die Mythisch-Plus-Instanzen und da haben die Entwickler in Zukunft noch einiges vor, ohne dass sie konkrete Informationen verraten haben. Dennoch, das Mythic-Dungeon-Invitational-Event ist sehr erfolgreich verlaufen und hat sehr viele Spiele auf der einen Seite angezogen und auf der anderen Seite auch für viele Zuschauer gesorgt. Es gibt aber auch ein paar kleinere Dinge, über die die Entwickler sehr stark intern diskutieren, und das sind vor allem Wiederbelebungen während des Kampfes, also Battle-Rätzes. Denn Gruppen, die beispielsweise aus Druide, Todesritter und Hexenmeister bestehen, die haben natürlich entsprechend viele Wiederbelebungsmöglichkeiten während des Kampfes, während andere Gruppen komplett ohne diese Klassen aufgeschmissen sind. Wie sie das Ganze angehen wollen, steht noch nicht fest. Möglicherweise wird das System vom Raid auch auf die Mythisch-Plus-Instanzen angewendet, sodass man eben einen Cooldown auf die verschiedenen Wiederbelebungen hat. Auf der anderen Seite betont Ion Hasikostas aber auch, dass die Klassen durchaus in den Mythisch-Plus-Instanzen ihre einzigartigen Fähigkeiten einbringen sollen, um die Instanz spielerisch zu verändern. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, was uns hier erwartet. Die Mythisch-Plus-Instanzen sind im Allgemeinen ja mitunter der größte Erfolg von Legion und werden dementsprechend natürlich auch in der nächsten Erweiterung wahrscheinlich wieder ihre Verwendung finden. Ein großes Thema von dem Q&A war noch die Randomness, die Zufälligkeit im Spiel, denn viele Spieler beschweren sich ja darüber, dass fast alles irgendwie zufällig in Legion ist. Der Game Director hat dem Ganzen bedingt zugestimmt, kann man sagen. Auf der einen Seite ist es natürlich schon immer ein entscheidender Faktor gewesen, dass das Glück einem auf der Seite ist. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch so, dass sie selber also in der Entwicklung vorsichtig sein müssen, wie sie das Ganze balancieren. Laut Ion Hasikostas ist das so, dass man zwar in Legion sehr viele Features hat, die auf Zufall basieren, aber diese alle einzeln keinen großen Einfluss auf den Charakter haben. Hierbei stellte sich natürlich bei allen Spielern sofort die Frage, okay, aber wenn wir alle Features zusammenfassen, die auf Zufall basieren, dann ist es doch durchaus ein sehr großer Random-Faktor für den einzelnen Charakter. Darauf ist Ion Hasikostas leider nicht weiter eingegangen. Fakt ist aber, sie haben seiner Meinung nach ein System geschaffen oder ein Spiel geschaffen, welches nicht mehr nur die Möglichkeit für PvE-Spieler präsentiert, geh in einen Raid oder bleib auf der Strecke. Der Random-Faktor in Legion ist auf jeden Fall eine Sache, über die man sehr, sehr stark diskutieren kann und die hier auch wirklich nur kurz angeschnitten wurde und man durchaus den Eindruck hatte, dass man dieser Frage lieber ausweichen wollte. Gegen Ende des Q&As kam dann plötzlich nochmal das Balancing der Klassen auf und es wurde darüber noch ein bisschen ausführlicher gesprochen. Am Anfang war es ja bereits so, dass gesagt wurde, dass die Entwickler eigentlich ganz zufrieden mit der aktuellen Klassenbalance sind. Im fortlaufenden Gespräch des Q&A ging es dann mehr um die Entwicklung der Klassenbalance, zum Beispiel, dass die Entwickler natürlich interne Daten nutzen, aber auch externe Daten wie zum Beispiel Logs. Aufgrund der Tatsache, dass die Spieler nur die externen Daten sehen, wie eben von Warcraft Logs, kann durchaus ein falsches Bild ihrer Meinung nach entstehen. Ob dies nun der Wahrheit entspricht, das muss jeder selber entscheiden. Persönlich finde ich auf jeden Fall, dass Logs ein sehr aussagekräftiges Mittel sind und wesentlich aussagekräftiger als irgendwelche Simulationen, da die Logs von realen Spielern kommen, die real eben in den Umgebungen aktiv waren und dort eben die Erfahrung gemacht haben. Eine Simulation hingegen zeigt nur auf, wie viel Potenzial eine Klasse beispielsweise hat, aber wenn eben der Kampf es erfordert, dass man den Schaden unterbricht und sich anderen Aufgaben widmet, dann ist es natürlich so, dass man in diesem Kampf niemals an die Simulation herankommt. Kommen wir aber zurück zum Q&A, denn es ging weiter mit der Klassenbalance. Laut Ion Hasekostas ist diese wichtig, damit Spieler mit einer bestimmten Klasse oder einem bestimmten Speck nicht auf der Suche nach einer Gruppe abgelehnt werden, nur weil diese subjektiv in der Spielerschaft als schlecht erscheint. Er stellte dann auch noch eine Frage an den Chat bzw. an alle Zuschauer, nämlich wie die Entwickler die Klassenbalance ändern könnten, sodass nicht nur der längste Balken im Recount, Skada oder Details zählt. Und auch stellte er die Frage, ob Schaden immer das Wichtigste ist für eine Klasse oder ob es tatsächlich auch darum geht, dass die Individualität ein wenig zum Vorschein kommt. Dementsprechend soll es in Zukunft also voraussichtlich mit der nächsten Erweiterung wieder bei diversen Klassen einige zusätzliche einzigartige Fähigkeiten geben, die eben die verschiedenen Klassen dann von anderen abheben, sodass diese individuell eben ihren Einsatz bekommen und eben über eine bestimmte Taktik mitentscheiden können. Man hört hier durchaus ein wenig Kritik aus den eigenen Reihen heraus, denn es war ja jahrelang das Motto bring den Spieler und nicht die Klasse und dies scheint durchaus mittlerweile ein wenig zu drastisch zu sein. Seine Frage, wie man denn Klassen besser balancieren könnte, ohne dass man jetzt auf den Schaden schaut, ist ganz einfach. Es geht um individuelle Fähigkeiten der Klassen, wie er es am Ende ja auch gesagt hat. Wenn man sich mal frühere Damage-Meter anschaut, dann war es so, dass teilweise sehr stark der Schaden unterschiedlich war, aber trotzdem bestimmte Klassen oder Spezialisierungen mitgenommen wurden, einfach weil sie einen sehr guten Support für die ganze Gruppe gebracht haben. Als Beispiel kann man da beispielsweise den Schattenpriester oder den Überlebensjäger aus Burning Crusade nennen. Beide Klassen haben jetzt nicht ungemein den großen Schaden gefahren, waren aber sehr wichtig von ihrem Support her für alle anderen Spieler. Aktuell in Legion haben wir auch eine besondere Klasse bzw. Spezialisierung, nämlich den Disziplinpriester, der sich sehr stark von anderen Heilerklassen unterscheidet, aber auch seine Nische findet und durchaus seine Stärken, aber auch Schwächen hat. Am Ende gab es dann noch ein paar allgemeine Informationen, zum Beispiel zum Fliegen. Man wird auf Argus niemals fliegen können, was nicht nur daran liegt, dass die Entwickler das nicht möchten, sondern einfach auch, dass die Gebiete dafür gar nicht ausgelegt sind. Es wurde auch noch einmal betont, dass es schon immer Zonen während einer Erweiterung gab, in der man nicht fliegen konnte, aber möglicherweise gilt das nicht auch für die Zukunft. Hier auf jeden Fall ein kleiner Hoffnungsschimmer für alle Freunde des Fliegens für die Zukunft. Außerdem wird es in Zukunft noch weitere verknüpfte Realms geben und bei der Story wurde gesagt, dass wir in Zukunft noch mehr vom Konflikt Sylvanas gegen Graumäne sehen werden. Das Q&A war auf jeden Fall recht interessant, möchte ich meinen, wie am Anfang auch schon erwähnt. Es gab ein paar Dinge, über die man sehr stark diskutieren kann. Das sind natürlich auf der einen Seite die Legendaries, die Klassenbalance, fand ich, war wirklich ein großes Thema und auch dieser Random-Faktor, also die Zufälligkeit in Legion. Auch darüber kann man sehr kontrovers sprechen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch noch den Link zur schriftlichen Zusammenfassung, um das in aller Ruhe nochmal durchzulesen. Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle sehr fürs Zusehen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch. Bis zum nächsten Mal.